Hallo aus den TicTac Studios. Wir müssen ein bisschen leiser sein, weil Sie merken es, wir nehmen gerade einen Podcast auf, neue Folge. Und das macht ja ein Synchronsprecher für mich. Gören Sie? Ja, macht einen Synchronsprecher, ein sehr teurer, der nimmt das ja immer auf. Wollte nur kurz sagen, Freitag, 12 Uhr gibt es ja das neue Video. Ich wollte eigentlich ein ganz anderes Thema machen, aber jetzt war das letzte Video, gib mir fünf, mit den Uhrenmarken, die ich besessen habe. Da waren einige Fragen von Ihnen offen, zum Beispiel zu Kienzle, zu Lanko, zu Landerand. Und da habe ich mir gedacht, ich mache da jetzt mal eine eigene Folge drüber. Ich beantworte erst mal die Fragen und dann gucken wir weiter. Das also am Freitag um 12 Uhr im neuen Video. Jetzt muss ich hier ein bisschen weitermachen. Ne, das macht er gut. Das macht er gut. Klingt fast so, wie ich klinge. Wir sehen uns also am Freitag um 12 Uhr.